hallo und willkommen zu gexworld heute zeige ich euch einen echt coolen erzieher umgebauten erzieher er war voll aus bruder das sieht man ja auch noch hier drin ist alles umgebaut ich kann euch ja mal rein zeigen sogar hier kann sogar wenn man hier ein bisschen weizen rein macht kann er das mit dem riesigen rohr abladen und das hier war alles mein bruder hier hinten hat er richtig schöne lenkung ist richtig gut hier vorne hat er schöne felgen und er kann auch wirklich waren sogar der kleine meh anhänger hier der hat auch hinten liegt das kann man von unten auch gut sehen da sind über leitung drin und und ich zeige euch am besten mal die funktion und ihr müsst unbedingt mal da drauf gucken auf diese konsolen hier weil da gibt es auch was richtig schön ist unbedingt mal drauf gucken und diesen akku hat er und das ist ein 11,1 volt akku so Musik 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 Musik